Er fährt nach Formeln und dreht sich dann zweimal, sodass er wieder zurückfahren wird. Okay. Er fährt dann nach hinten und macht lustige Tippen. Ja, dann schauen wir mal. Ah ja, er ist zuerst hinten. Jetzt macht er das ganze Kaffee von nur in der Zeit vor. Das war's. Bravo!